So, jetzt mal ganz ehrlich, wer hat dieses 2 zu 2 von Werder Bremen bei Borussia Dortmund getippt, unten bitte reinschreiben. Also dem gratuliere ich persönlich, weil echt Hammer. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, Werder kriegt heute ja nicht eine Klatsche, aber schon eine deutliche Niederlage. Aber ich habe mich getäuscht und ich muss auch ganz ehrlich sagen, am Ende habe ich mich fast so ein bisschen geärgert, weil da wäre sogar ein Sieg drin gewesen und nicht, das hat Florian Kohfeldt vorhin zu uns in der Mixzone gesagt, wir haben hier keinen Punkt ergaunert, wir haben ihn uns erspielt. Und das finde ich auch. Also 2. Halbzeit, das war spielerisch echt gut und da möchte ich noch ein bisschen was zu erzählen. Nuri Schachain in der Mixzone vorhin angesprochen und auf das ganze Verletzungsprojekt, war ja heute eher so eine Rumpftruppe, da war der richtig sauer und sagte so, Moment mal, Rumpftruppe, das gefällt mir alles nicht in Bremen, wie er über uns redet. Wir sind Nuri Schachain, Maxi Eggestein, Davy Klaassen und Leo Bittenkund im Mittelfeld. Das ist so schlecht nicht, hat er gesagt. Ja, und so schlecht haben sie dann auch nicht gespielt. Gehen wir mal eben die Reihe nach durch. Milot Rashica nach 8 Minuten 1-0. Rakete, ne? Ewig verletzt, kommt wieder, macht gleich das Tor. Und was sagt Florian Kohfeldt hinter zu uns? Leute, wisst ihr eigentlich, dass der noch gar nicht richtig fit ist? Der ist vielleicht bei 80 Prozent oder so. Der hat nach einer halben Stunde gepumpt wie Maikäfer. Geil, wenn der Trainer so etwas zugeben kann, aber es hat Florian Kohfeldt. Ja, dann kommt sofort das 1-1 und Michael Langner so ein bisschen schläft bei der langen Flanke. Vielleicht hätte Davy Klaassen-Pohr noch rauskommen können, also war er in der neunten Minute. Und dann gehen die 1-2 in Rückstand, weil Reus dann noch einen Kopfball macht, also Götze-Kopfball, Reus-Kopfball, die kleinsten auf dem Platz, hätte ich fast gesagt. Naja, gut, machen wir einen Haken hinter, weil da wollte auch Florian Kohfeldt gar nicht mehr darüber sprechen, weil er sagt, ich rede heute irgendwann etwas Schlechtes, weil wir haben doch heute hier einen Pump holt. Naja, und dann sitzen sie in der Kabine und das finde ich jetzt echt bemerkenswert, was Florian Kohfeldt dafür einen Einblick gibt. Er sagt, wir haben eine Szene aus der Defensive gezeigt, wo wir fanden, da müssen wir besser stehen in der zweiten Halbzeit und dann haben wir nur noch über die Offensive gesprochen. Klar, man will in Dortmund ja noch einen Punkt holen, aber eigentlich muss man aber erstmal aufpassen, dass man hier nicht den Popo vollkriegt. Und dann haben die auch wirklich besser gespielt, mutiger gespielt auf einmal. Das war das Werder-Fußball und Florian Kohfeldt hat festgehalten, das war der beste Fußball, den wir seit Wochen gespielt haben. Und verteidigt haben sie auch noch großartig dabei, großartig passt. Christian Groß ist auf das Ding gegen Reus, wo der das Kopfballtor macht, hat der echt eine super Partie. Theo Gebristelassi, auch ein Innenverteidiger, der ja kein Innenverteidiger ist, auch super. Pavlenka, am Anfang fand ich ihn nicht so dolle. Ja, da sind wir bei dem Thema von letzter Woche gegen Leipzig. Da finde ich, in Topform kann er vielleicht einen von den beiden Dingern halten. Dann waren seine Bälle, die er rausgespielt hat, ja auch nicht der Brüller. Ja, aber dann hält der gegen der Hub. Boah, war fett, das Parade. Ja, und deswegen hat er auch eine gute Note von uns gekriegt. Lest ihr übrigens alles in der Deichtube, Einzelkritik und sowas. Also, was machen wir jetzt mit dem Spiel? Wir machen Freude uns vor allen Dingen erstmal, dass Werder bewiesen hat, dass man auch mit der Mannschaft in Dortmund punkten kann und, wie gesagt, nicht ergaunert hat. Also richtig gutes Spiel am Ende sogar gemacht hat. Wir nehmen noch mit, das Verletzungspack ist nicht vorbei. Ja, das war die letzte Frage in der Mixzone war noch, zu Florian Kohfeldt. Wo war eigentlich Sebastian Langkamp? Und dann sagt er, ja, das war folgendermaßen. Ich bin da am Abschlusstraining, am Freitag war das, in die Kabine gegangen und habe zu Boro, Tim Borowski im Co-Training, eine Woche geschafft, ohne Verletzung. Ja, dann guckt Boro ihn aber ein bisschen komisch an und dann sieht Florian Kohfeldt, dass hinten auf der Pritsche Sebastian Langkamp liegt. Hat sich im Training einen Hexenschuss geholt. Es ist nicht zu glauben, das Verletzungspech bleibt da, aber Werder bleibt ruhig, besonnen, kämpft, spielt sogar guten Fußball. Das Ding macht heute echt Mut, dass das eine gute Saison wird. Und Nuri Schardt, in der Mixzone, steht da und sagt, große Mannschaft, die wir haben, richtig große Mannschaft, schreibt uns nicht ab. Wir schreiben Werder nicht ab. Wir schreiben ganz viel über Werder. Lest ihr in der Deichstuben-App. Ihr könnt auch was schreiben, unten drunter. Und dann sehen wir uns bald wieder.